Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bioshock 2. Im letzten Part haben wir die ganzen Signale ausgeschaltet. Irgendwo das Teleploplos mitgesehen. Allerdings verschwindet das jedes mal wieder. Ähm, ich hab kein Plan wie lange wir das verfolgen müssen, dass wir es erhalten können. Machen wir mal so. Ähm, wo ist es hin? Es muss hier irgendwo noch sein. Aber wo? Wo ist es hin? Hier irgendwo? Nee. Mensch, blockier mich nicht. Hm, wo ist es hin geflogen? Hier unten. Okay, jetzt war es hier unten. Wo könnte es als nächstes hin gelangen? Wo könnte es noch sein? Gibt es doch nicht, dass es so schwierig ist, ein Plasmid zu erhalten? Ich glaube nicht, dass es dahinter sein kann. Oder ich hoffe es zumindest. Was? Jeder in der Plasmidbranche benötigt letztlich menschliche Testpersonen. Das ist unser schmutziges kleines Geheimnis. Und offen gestanden, Rapture will es auch gar nicht so genau wissen. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Freiwillige waren dünn gesät, selbst als die Wirtschaft einbrach. Ein Mann namens Sinclair wandte sich an uns. Er hatte scheinbar unbegrenzten Nachschub. Er vermietete die Leute an uns. Gefesselt und zediert. Fragen wurden nicht gestellt. Ähm, okay. Was passiert gerade? Ähm. Wo sind wir? Wo sind wir? Okay, das Teleport Plasmid hat uns irgendwo hingebracht. Oh, was hat das zu bedeuten? Und... Und... Wo ist das Teleport Lasmid an? Pfff. Okay. Wir sind... Wieder in der Halle. Ja, wir haben das Plasmid nicht erhalten. Ähm... Nur ist klar, die er an sich hätte. Ähm... Was hat das jetzt zu bedeuten? Ja. Ich hätte jetzt schon gerne das Teleport Plasmid erhalten. Ja. Agnus D. Die Aha! Es wäre ja gutgestellt... Usually... Aja... Das ist richtig. Ja... Es ist bei... Her yogaid... Wave Brad! ... eine freundlich gesinnte Sicherheits-Eskorte. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen zutritt zu den wirklichen Laboratorienverkehrschaften. Wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Bitte. Ja, okay, damit tätigen wir die Hauptsteuerung. Jetzt fehlen hier noch zwei Little Sisters. So, du gehörst zu uns. Ich finde es doch immer seltsam mit dem Teleport-Plus-Meet, dass wir es nicht erhalten können, scheinbar. Wo ist das Wasser hin? Wir können schon mal eine Luftklasse betätigen. So. Tja. Mal schauen. Ich schau mal noch hier unten. Dann probieren wir jetzt. Oh, okay. Okay. Tja, unten ist sehr dunkel. Ich hoffe, wir behalten hier irgendwo Licht. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Okay. Alles klar. Ein Stromschalter. Allerdings müssen hier noch mehr Stromschalter sein. Ich höre hier irgendwo ein Knistern. Kann das irgendwo ein Stromschalter sein? Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Intelligenz und Bewusstheit sind nicht das gleiche, argumentiert sie. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Könnten wir also mein Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Und dann, sagte Sophia, würde endlich, endlich Utopia folgen. Tja. Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchen... so, kurz unterbrechen... Ich brauch noch ein paar Sachen... so hier Schriftplatte haben wir genug, hier können wir uns noch ein paar gucken, genau einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe hier haben wir glaube ich eh alles soweit das was sie in dem tank gesehen haben war tatsächlich ich ich befürchte das schicksal von elinor lamp wird nicht so körperlich greifbar aber ähnlich grotesk ausfallen dieser behälter für tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu mich auszuschalten aber zuerst müssen sie genug pflanzen voll Adam beschaffen um mich herauszulocken die schnecken ernähren sich von dem stoff und er ist jetzt alles was ich will ich habe ihnen eine probe hinterlassen damit sie wissen wonach sie suchen müssen wo liegt die probe die probe die probe da liegt die probe nein nein meine angesehene stellung wirst du niemals einnehmen du mieser verräter so einer von euch geht an mir dann könnt ihr euch gegenseitig beschäftigen so einer von euch geht an mir dann könnt ihr euch gegenseitig beschäftigen hör zu mein junge diese ganzen schlüssel die du beschafft hast sind alle genetisch kodiert und um an lamp ranzukommen brauchst du einen vom guten alten gil da drin aber der reihe nach zuerst müssen wir ihn ruhig stellen such die pflanzen die er erwähnt hat und lock ihn da raus so passt schon so ok wo müssen wir lang wir müssen scheinbar irgendwo hier hinten lang ok und schau hier die kamera tschüss Rad, tschüss Rad. So, haben wir zunächst mal eine Kamera hier in dem Bereich. Mal schauen, wo die Pflanzen sind, die wir beschaffen sollen. Okay, da hinten ist einer. Sieht auch ein bisschen anders aus. Okay, wir haben eine sweatshirt. Ähm, hier ist sie gar gar nichts. So, so ist es passiert. Ähm. Oh, okay. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Dein Körper beginnt sich selbst zu zerstören. Der Drang Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sinn. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Du musst ja nicht mitkommen. Oder ist der irgendwo verpackt? Hm. Okay. Dann hat sich scheinbar hoch verpackt. Komm mit. Ah, so. Dann machen wir zwei Big Days gegen einen. Und dann schauen wir uns hier oben. Ja. Wir sind hier oben. Oh, verdammt. Ich habe vergessen, die halten mehr aus. Nein. Warum kann das keine Alpha-Series sein? Ich halte nur halb so viel aus. Ich halte nur halb so viel aus. Okay. So. So. Und. Lillismith System. Nehm. Verdammt. Okay. So. Und. Ein paar Schwierigkeiten. Wir haben es gefunden. Kopfschauen. Drei Mini-Geschütze. Das sollte eigentlich reichen, wenn ich die hier platziere. Und dann noch eins. Und Adam sammeln. Drei 반 puedan das. Um. Wolltieren. Also. Wolltieren. Und jetzt. zu uns das wäre du kannst dich an die man ich schaue zu ich glaube der macht da kein schläfchen, sondern ein bisschen größer, längeres dickichern beeil dich ein bisschen und dann könnten jederzeit wieder Sprecher kommen oder vielleicht doch nicht so allerdings werde ich den Partner an dieser Stelle beenden lasst wie immer eine Bewertung der euch wenigstens befreuen und wenn ihr nichts mehr verfasst wird, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Bioshock 2 ciao